Mariendistel wird zur Behandlung von Lebererkrankungen, einschließlich Hepatitis und Prostatakrebs, verwendet. Dieses Kraut enthält eine Reihe von Liganden mit entzündungshemmender und antifibrotischer Wirkung, die die Leberfunktion verbessern. Fulvikerb enthält ein Mariendistelmodel, das ein GVO- und Phytoöstrogenfreies Sonnenblumenlecitin enthält, das die Aufnahme von öligen Extrakten wie Silimarin unterstützt. Die Kräuter von Fulvikerb kontrollieren gemeinsam die Darmbakterien. Ihr Modul hilft, einen gesunden eubiotischen Zustand der Darmflora aufrecht zu erhalten und die Überwucherung von schädlichen Darmbakterien zu verhindern. Diese Kräuter sind tolerant gegenüber den nützlichen Darmbakterien und hemmen das Wachstum der schädlichen Darmbakterien. Sie verhindern die Entwicklung einer bakteriellen Überwucherung des Dünndarms, auch SIBO genannt. Außerdem schützen sie die Magen- und Darmschleimhaut und fördern die Bildung von Verdauungssäften. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Blutdrucks und der Erhöhung der Urinausscheidung. Fulvinsäure verbessert die Verdauung, da sie eine Vielzahl von Nährstoffen enthält, die zum Schutz unserer inneren Organe beitragen. Spurenelemente, Elektrolyte, Fettsäuren und Kieselsäure. Kieselsäure ist wichtig für die Kollagensynthese und hat eine prä- und probiotische Wirkung. All dies trägt zur Ernährung der Verdauungsorgane und zum Wiederherstellung einer gesunden Bakterienflora bei. In Fulvicherb können wir uns die biologische Wirkung der Fulvinsäure zunutze machen, da sie aufgrund ihrer Struktur mit fast allen Arten von Verbindungen reagieren kann. Sie sorgt dafür, dass die Wirkstoffe der Kräuter sicher aufgenommen werden. Dies ist besonders wichtig, da durch die moderne Ernährung und Lebensweise oft die notwendigen Transportmoleküle im Körper fehlen. Sind diese nicht vorhanden, können viele Nahrungsergänzungsmittel oder Vitamine nicht aufgenommen werden. Um eine sichere und effiziente Aufnahme der Wirkstoffe zu gewährleisten, wird in unserem Produkt Fulvinsäure als Komplexbildner eingesetzt. Der Fulvinsäure L-Arginin-Komplex in Fulvicherb ist ein Highlight. Er ist durch ein einzigartiges Patent geschützt. Er sorgt dafür, dass Arginin vollständig vom Körper aufgenommen wird.